So, und da sind wir wieder bei The Walking Dead. Wie geht's? Ach nein. Wenn du nicht mindest, glaube ich, meine Familie und ich werden ein bisschen resten. Letzt mich wissen, ob dieser Arschluss da oben da einen Schuckriegel für die Schmerzen nimmt. Du hast es geschafft. Es ist jetzt alles verletzt. Hm. Es ist nicht so viel, aber hier. Für den Mann. Oh, danke, Lee. Er erinnert es. Das ist süß, Lee. Hier. Er scheint ja auch ein netter Typ zu sein, aber ich glaube, wir geben es Katja. Ich habe es gefunden, was zu essen. Oh, äh, danke. Du bist willkommen. Sind Sie sicher, dass deine Frau es nicht braucht? Sie ist gut. Ich habe versucht, sie zu verabschieden und zu wateren. Du bist ein guter Begeber. Danke. Klementein haben wir ja schon was gegeben. Diese Batterie sollte das Radio fit sein. Great, danke. Und hier ist noch eine. Du solltest es jetzt arbeiten können. Schauen wir mal. Okay, jetzt wissen wir ja eigentlich, was wir damit machen müssen. Ähm. Ah, die liegen falsch schon drin. Aha. So, die Antenne haben wir. Gehen wir nochmal rum und gucken mal. Huch, nein. Hat eben irgendwie gebackt. Drehen wir mal die Lautstärke hoch. Und drücken mal auf Power. Du hast es verabschiedet. Als die Unwärtsfläche weiterentwickelt wird, die estimated Todesfläche weiterentwickelt wird. W.A.B.E. Sie solltet, dich in der Tür zu bleiben. Und zuvielfache, dass du irgendwelche Kontakt mit individuellen, die du verwirkst, haben sie verabschiedet. Die Station ist okay. Im Moment einer vollen... Äh, mein Produzent hat mir gesagt, wir müssen aus der Erde kommen. Steve. W.A.B.E. Und da war die Radiostation dann auch weg. Das ist Wahnsinn, wie eins nach dem anderen dann irgendwie bei so einer Zombie-Apokalypse auch ausfällt. Irgendwann hat man keinen Strom mehr. Irgendwann hat man gar nichts mehr. Tja. Wir gehen mal raus. Wir gehen mal raus. Mal gucken. Jesus. Ich denke, ich werde sein. Ich denke, ich werde sein. Ich denke, ich kann das alles, was ich will. Und wenn jemand dich verabschiedet hat... Ich denke, ich werde dich verabschieden. Und was, was lefte ist, ist einer von ihnen. Tja, was müssen wir hier machen? Ich weiß es nicht Wir müssen einen Apothekenschlüssel finden Beziehungsweise Da haben wir ja noch gar nicht Warte mal Geh nochmal rein Weil wir haben Eva hier draußen Ich glaube wir haben drin was vergessen Und zwar wollten wir ja auch einmal Da hinten reingehen Wo wir vorhin schon mal drin waren Aber was eigentlich schon viel zu Viel zu verfrüht war Hier Moment Ich muss mal die Cola zuschrauben Dankeschön Ähm Warte mal So Okay Warte mal hier hinten geht's Nicht weiter Was ist denn das? Ist das ein Foto von seiner Familie? Ich glaube ja Oh oh Find anything? Oh oh It's a photo of the family who own this place Might help us track down the keys to the office I know who you are You're Lee Everett You're a professor at Athens Who killed a state senator Who was sleeping with your wife This is your parents store Folks around town know The owner's son got himself a life sentence But I'm a reporter for WABE in Atlanta I paid attention to that trial Maybe you're a murderer But I don't really care Frankly that's a skill that might come in handy Did you tell anyone out there who you were Or that you were tied to this place? Yeah For your sake I hope the answer is no You seem like an okay guy And the last thing we need is drama out there You've got this little girl to take care of And look Don't make me wrong on this I don't plan to Good Because if this lasts longer than a few days And you're a detriment to the group Then we have a problem I hear you I'll just keep it to myself Thanks Don't worry about it Ich glaube wirklich Kali kann man trauen Weil Sie sieht so vertrauenswürdig aus Einfach Was ist das denn? Hm What's that? This was my dad's canes He'd zip around here on it from time to time Was he sick? Nah he was okay I actually saw him whoop shoplifters with it This canes protected this place better than any guard dog ever could Plus he knew how to make it look cool Like you with your hat My dad gave it to me See dad's smart like that Die Clementine We gotta clear this door for when we found the keys Ah, müssen wir den Schreibtisch verrücken, ne? Better get this door clear, huh? Can I help? Sure Here we go Watch your fingers in the drawers How are you doing? Yeah It's not that heavy How about with everything outside? It's not good No It's not But I think it'll be okay Okay Here we go Do you have kids? No You don't have a family What do your parents do? My mom is a doctor And my dad is an engineer Those are good jobs What's your job? I, uh, teach history and writing And things like that Like, um, social studies? Yeah, like that You didn't answer my question Alright, a little further Why don't you want to talk about your family? Do they like, hate you? Clementine Wollen wir es ihr Wollen wir es ihr sagen? Ich weiß es nicht Das wäre eine schwere Entscheidung Aber gut Because they're dead Because they're dead Oh, I'm sorry You didn't know I'm just sorry for being mean Look, my family's gone And I just wish things Would have been different Yeah I'm not a bad guy, okay? Things happen and We didn't talk much after that My parents don't talk to me When I get in trouble I can relate Oh Oh Oh, nein Are you okay? I hurt my finger Is it bleeding? A little Na, das Das können wir doch verarzten Weil wir haben doch hier den Eeeh Den erste Hilfekasten, genau Warte mal Wir gehen das mal hier in eine Schublade Haben wir hier irgendwas? Die können wir mal mitnehmen Gucken wir mal nochmal hier Hmm Lee? Yeah? What if my parents come home And I'm not there? They'll, uh, track us down Don't worry Yeah, okay We should keep a lookout I've got my walkie-talkie In case they try that way Stay close to me until then, okay? Die Clementine Wo müssen wir sie erstmal verarzten Let's have a look at that finger How? It hurt Let's see if we can do something about it Hmm Hmm Warte So Let's get this cut cupboard out Yes, please So, haben wir Clementine verarztet How's you think? It's okay Thanks for fixing it I'm gonna keep looking around Okay Das ist natürlich die Frage Haben wir denn noch Strom oder sowas? Dass der Fernseher noch funktionieren würde? Tatsache Aber wir haben natürlich kein Programm mehr Denn es ist alles abgeschaltet worden Okay Dann müssen wir die Schlüssel finden Hm Hm Want to head back into the drugstore with me? Okay Lee? Yeah? You're not bad, right? I, uh, why are you asking me that? That lady said you killed someone Was that because he was one of the things trying to eat you? Yeah, he was And you had to protect yourself That's right Oh, okay Da mussten wir Clementine anlügen, weil Ich weiß nicht, ob wir ihr das so sagen können Dafür haben wir noch zu wenig Vertrauen So, jetzt können wir eigentlich theoretisch mal rausgehen Und die Familie weiß es ja schon Dass wir Mit diesem Laden in Verbindung stehen Wie geht's? Gut Willst du gehen und schauen nach draußen? Wir gehen jetzt mal nach draußen Und da endet auch schon die Folge Ich bedenke mich schon mal fürs Zusehen Und bis zum nächsten Mal Okay